Puh, ganz schön heiß hier in Ori and the Blind Forest und nicht nur hier, sondern auch im Real Life ist es extrem heiß. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Ori and the Blind Forest. Wir befinden uns hier im Horu Berg und wir haben noch einiges vor uns. Ich denke, wir müssen hier weiter nach oben. Dann würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit, sondern gehen sofort los. Hier hoch und jetzt nochmal. Perfekt, perfekt. Okay, okay. Ist schon krass hier, oder? Okay, ich glaube, das war nicht so gedacht, oder? Wir können jetzt entweder nach rechts oder links. Ich würde sagen, wir gehen hier lang. Oh, shit. Oh, shit. Okay, wo sind wir denn jetzt? Alles klar. Da unten gibt es Erfahrung. Da oben komme ich nicht hoch, ne? Ich glaube, nein. Okay. Ich kann mich kaum mehr, ehrlich gesagt, an diesen Horu Berg erinnern. Ne, da oben ist nichts. Alles klar. Das heißt, wir müssen hier nach unten. Das fliegt doch bestimmt nach unten. Nein! Oh! Ich wusste es. Nein! Shit! Ich bin eh down. Holy shit. Okay, das ist nicht einfach. Aber ich hätte eh die Erfahrung verpasst. Ich lebe noch. Was? Stimmt, wir haben ja seit letztem Part auch den Dreifach-Sprung. Ich glaube, ich muss mich da direkt fallen lassen. Ich will das immer vorher triggern, aber ich denke, das ist keine gute Idee. Ah, das ist echt schwer. Okay, ich weiß, wie ich das hier mache. Also, Moment, wartet mal. Ich lasse mich hier fallen. Genau. So ist es um einiges schlauer. Ne, das geht nicht. Ich muss das vorher mehr oder weniger triggern und dann wieder wegfliegen. Ich stelle mich hier gerade ziemlich blöd an. Ich weiß. Ja, wir wurden getroffen, aber ich lebe noch. Das ist das Wichtigste. Ja, man sieht jetzt, übertreiben sie schon. Ist da oben was? Nein. Ja, what the fuck? What the fuck? Wo ist das jetzt? Ja, nee, ist klar. Kommt es wieder? Oder ist es jetzt für immer weg? Ich wollte das nicht umbringen. Ne, jetzt kommt wieder, okay. Gut, 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 gut. Ich wollte das nicht umbringen. Ich wollte nur gucken, ob da oben was ist. Aber da war nichts. Und jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Da hoch, oder? Ja, okay. Ori, diese Felsen scheinen instabil zu sein. Durch mein Licht, können wir sie vielleicht nutzen, um die Lava aufzuhalten? Dann machen wir das mal. Okay. Ah, genau. Und dadurch öffnet sich immer eine Tür, mehr oder weniger, zu einem anderen Bereich. Alles klar. Oh, da oben geht es durch. Ja, ist ein Rückblick wahrscheinlich. Nein, what the fuck? Das ist einfach die letzte Energiezelle. Krass. Einfach so gefunden. Ich denke, wir haben jetzt alles. Mal gucken. Genau, wir haben 15 Energiezellen und 12 Lebenszellen. Wir haben alle. Sehr, sehr schön. Das war mein Ziel. So, jetzt muss ich erst mal wieder hier zurückkommen, ne? Okay. Ja, hier kann ich nicht speichern. Das dachte ich mir schon. Aber der Rückblick ist deutlich einfacher, meiner Meinung nach. Oh, das war dumm. Das war dumm, das war dumm. Das war nicht gut getimed. Okay. Ich bin viel zu früh abgesprungen, weil ich wollte nicht zerquetscht werden, aber jetzt passt es. Okay. Gut, dann gehen wir wieder und speichern, würde ich sagen. Dann könnten wir jetzt hier lang. Aber ich will noch kurz schauen, was sich hier links befindet. Oh, shit. Was sich hier links befindet. Kann ich hier rein? Ja, hier kann ich rein. Dann sollte ich zuerst hier lang gehen. Okay. Ich hoffe, ich komme hier schon weiter. Was ist das denn? Nichts, oder? Nee, einfach nur, dass man wieder hochkommt. Ach du Scheiße, ey. Boah, hier muss es extrem heiß sein. Mir ist jetzt halt schon so heiß. Wir haben jetzt 30 Grad schon wieder. Nicht ganz, aber fast. Geht das jetzt wieder zurück? Ah, nee, ich muss das schnell aktivieren und dann schnell drauf. Ähm, Moment mal. Hä? Hä, ich bin... Ah, Scheiße. Jetzt muss ich hier wieder anfangen. Okay, ich glaube, ich habe das gerade richtig verkackt. Okay, mal schauen. Mehr oder weniger ein kleines Rätsel. Ich muss da oben hoch, ne? So, zack. Muss ich das nicht so machen, wenn er jetzt hier nach oben? Hä? Ach so, da ist auch ein Schalter auf dem anderen. Oh, das habe ich nicht gesehen. Oh, ich Idiot. Ich dachte, der auf dem anderen ist kein Schalter. Ja, ich habe den zweiten Schalter nicht gesehen. Oh, ich habe den Schalter hier nicht gesehen. God damn it. Ja, dann ist es ja... Klar, mehr oder weniger, oder? Ja, Moment mal. Ja, ja. So. Ja, ich habe den Schalter hier nicht gesehen. Sorry. So, jetzt passt es. Ein hier hoch. Und zack. Genau. So, damit öffnet sich jetzt der Weg hier. Das heißt, wir können jetzt... Wir haben jetzt zwei Wege zur Verfügung. So, hier ist nichts. Ich denke mal, hier unten ist nichts mehr. Moment, ich gucke noch mal kurz hier rein. Nee. Hier? Nee, da ist nichts. Okay. So. Alter, spinnst du? Wie konnte ich... Wie sollte ich denn da jetzt ausweichen? So. Muss ich hier erstmal wieder lebend nach unten kommen. Ja. Und wir haben noch kein Kartensteinfragment gefunden, im Übrigen. Ja, chill. Ja, ist ja nicht... Alter. WTF. Wohin, wohin, wohin? Hier lang, hier lang, hier lang. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir das Kartensteinfragment nicht finden. Weil hier war der Kartenstein. Ich hoffe, ich habe das nicht übersehen. Okay. 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 Haben diese Muster irgendwas zu bedeuten hier? Diese sechs Punkte. Okay, hier sind auch sechs Punkte. Nehmen wir mal an, dass ich den killen muss. Was hat das hier zu bedeuten? Das ist so eine Tür. Ähm. Kann ich hier speichern? Musik hat sich ja auch ein bisschen verändert. Das heißt, ein bisschen, sogar sehr. Ach du Scheiße. Je, 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 je. Ich denke, ich muss einfach hier nach oben. Okay. Ja, Hilfe. Speichern. Und weiter geht's. Hä? Oh nein. Ich muss hier irgendeinen besiegen, ne? Ja, ich hoffe, es ist der. Weil er ganz, ganz oben ist. Oder muss ich alle besiegen? Shit, fast. Das wäre ja mega krass, wenn man hier echt alle besiegen müsste. Okay, der ist down. Der ist auch down. Ich glaube aber, es ist fast so. Ach du Kacke. Okay. Okay, den haben wir auch. Jetzt muss alles klappen. Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Da unten, oder? Nein? Nein! Shit! Nein, ich bin down, oder? Kann ich mich nochmal retten? Oh, scheiße. Ich habe alles probiert, aber ich dachte, da unten ist einer. Verdammt. Das habe ich nicht gesehen, dass dummten keiner war. Naja. Oder da war vielleicht einer, aber ich habe den vorhin gekillt. Shit. Oh mein Gott, ey. Okay, das ist nicht leicht. Aber coole Idee, natürlich. Puh. Sonst haben wir hier aber nichts mehr, ne? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Okay. Aber hat das irgendeine Bedeutung hier? Ich denke, nein. Wo ist dieses verdammte Kartensteinfragment? So, jetzt würde ich gerne auf die andere Seite rüber gehen. Die müsste sich hier befinden. Ähm. Da oben könnte auch was sein, aber da komme ich niemals hoch. Nee, da ist nix. Okay. So, was haben wir hier? Ein Assi. Der aber keine Chance hat. Alles klar. Wie komme ich hier rein? Warum? Das ist... Das kann nicht so einfach sein. Irgendwas ist hier faul. Oh, shit. Oh, shit. Ja. War so klar. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay. Ich kann ja nicht speichern. Hier sind wir aber erstmal safe. Was soll ich mit dem Felsen hier machen? Schieb, 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 schieb. Oh, shit. Oh, shit. Ich muss nochmal... Bin ich jetzt safe? Bin ich hier hinten safe? Ich glaube nicht. Denke, ich muss ihn hier reinschieben, oder? Aber es dauert so lang. Es dauert so lang. Lieber nochmal... ...ne Runde drehen. So. Tatsächlich. Okay. Passt. Okay. Gut. Oh, shit. Da verbrenne ich mich. Damn. Ja, hier ist nichts mehr, denke ich. Okay. Geh mal raus. Und dann geht es wieder eine Etage weiter nach unten. Wie weit sind wir denn schon unten? Ja, okay. Es kommt noch einiges. Aber wo das Kartensteinfragment ist... Ich habe keine Ahnung. Aber es könnte sich da oben befinden, ne? Wäre auch nicht so wichtig, wenn wir das nicht finden würden. Weil es bringt ja nichts, wenn wir eh alles erkundet haben. Achtung. Ja. Je. Ja, komm. Betrug. Ich bin noch kurz hier lang. So. Er lebt noch. Darum haben wir nichts mehr. Alles klar. Dann speichere ich nochmal zur Sicherheit. So, was ist das jetzt hier? Äh. Ich denke, ich sollte diese Feuerteile nicht berühren, ne? Ach gut, scheiße. Gott sei Dank kam mir ein Dreisprung. Ähm. Da jetzt am besten hoch. Gehen schnell killen irgendwie. Ja, da haben wir jetzt kurz Schaden genommen, aber ist okay. okay. Yay, 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 yay. Okay. Puh. Dann haben wir hier einen Hebel. Ich speichere erstmal, weil ich nicht weiß, was mich hier erwartet jetzt. Alles klar, der geht nach oben. Alles klar. stehe. Dann müssen wir hier lang. Ja, dann müssen wir die Seiten immer wechseln. Alles klar. Okay. Schnell auf die andere Seite. Nein, da bin ich. Da war ich zu langsam. Beziehungsweise zu schnell. Die Steuerung ist auch nicht so einfach, natürlich. Da unten, glaube ich, kommen wir erst rein, wenn wir das wieder deaktiviert haben. Hier ist es halt noch enger. Ja. Okay, das war gut. Das war gut. Nochmal wechseln. Ja, ich hab's. Ich hab's. Okay. Was jetzt? Jetzt haben wir hier zwei Wege. Wir können entweder hier lang gehen oder hier. Oh shit. Ich merke gerade, ich bekomme hier Schaden. Hier bin ich safe. Okay. Okay, wir müssen auf die andere Seite. Hier ist nix, ne? Nee. Ja, genau. Und da wartet schon dieser Asi auf mich. Aber unsere Geisterflamme ist extrem stark schon. Jetzt hab ich den gekillt. Wollte ich das? Vielleicht ist hier oben was. Nee, oder? Nee. Da oben ist nix. Okay. Runter mit dir. Runter mit dir. Fragmenten. Okay. Dann denke ich, haben wir hier auch alles. Ich glaube, ich hab das Kartensteinfragment irgendwo übersehen. Aber wie gesagt, das ist eh nicht wichtig. Ne? Ihr seht, wir haben 96% vom ganzen Spiel schon gesehen. Ähm, da unten denke ich mal ist nicht... Moment mal, was ist denn hier? Ach, von hier bin ich gekommen. Ach so. Oh, stimmt. Ja, gut. Gut. Dann geht's jetzt noch hier lang auf... Ah, nee, hier. Hier. Hier lang. Okay. Okay. Okay, die hat mich nicht getroffen. Nice. Hier, ne? Ja, ja, hier. Alles klar. Gut. Ich glaube, für diesen Raum haben wir noch Zeit. Ich glaube, ich erinnere mich an den. Ich habe eine schlechte Erinnerung an diesen Raum irgendwie. Steigt da nicht die Lava oder irgendwas passiert hier? Ach du Scheiße. Die zerstören den ganzen Scheiß. Hilfe! Hoch mit dir. Nein. What the fuck? Nein. Mach, mach, mach. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Aber noch ein Fehler und das war's. Ja, hä? What? Hä? Wo bin ich denn jetzt? Oh shit, jetzt bin ich wieder hier. Oh verdammt. Ich hätte speichern sollen vorher. Ich hatte eigentlich gedacht, ich habe vorher gespeichert, aber anscheinend doch nicht. Na klar, Alter. Ja, ich hatte das schon relativ schwer in Erinnerung. raus hier. Und wieder rüber. Damn. So. Jetzt speichere ich aber. Na? So. Dann auf ein neues. Okay. Nein, 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 nein. Ich hoffe, man hört das draußen nicht, weil draußen ist so eine verdammte Baustelle mehr oder weniger. Da wird gerade was weiß ich was gemacht. Das regt so auf. Auch in der Früh schon um sieben fangen die mit ihrem, mit ihrem Scheiß an. Ja, klar. Wie willst du denn das bitte machen, ey? Okay. Oh, ich hoffe, man hört das nicht, Leute. Falls doch, tut mir das leid. Ich wollte eh schon relativ spät immer aufnehmen oder dann aufnehmen, wenn die nichts gerade draußen machen. Ich hoffe, man hört es nicht. Wenn ja, dann tut es mir leid. Ach du Scheiße. Geh weiter jetzt. Wo jetzt? Wo jetzt? Hallo? Ach so. Okay, 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 okay. Hier lang, hier lang. Und da hoch. Ich glaube, dann haben wir es geschafft. Ich glaube, dann haben wir es geschafft. Ja, okay. Dann haben wir es. Ups, sorry. Da habe ich kurz aus dem Spiel rausgeklickt. Okay, Leute. Da würde ich aber sagen... Moment. Jetzt wird uns doch die Katzen gezeigt. Da würde ich aber sagen, beend ich den Part für heute. Da erstens diese verdammte Maschine oder was es ist, verdammt laut ist. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wahrscheinlich der letzte Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.